Das war noch ein Schokobohr, ich glaube den muss ich mal wieder ein bisschen runter regeln. Nicht, dass ich nachher hier hunderte von den Viechern wieder rumlaufen habe. Mit ihren komischen Geräuschen. So, mal gucken, was das Cyrus hier noch gemacht hat. Schöne Tischdecken mit Kerzen drauf. Sieh die an. Nicht, dass die Abfackeln die ganze Hütte abbrennen oder so. Wäre auch nicht schön. Reife Fass. Ist das schon reif? Hä? Ähm. Was ist das denn? Äh. Ja. Wie das wohl wieder funktioniert. Hm. Muss man wohl irgendwas rein tun. Damit irgendwas reift. Wahrscheinlich Hopfen. Hier sieht mir nach einer Küche aus. Hm. Und ein Buch. Wahrscheinlich das Kochbuch. Oder Telefonbuch. Was man mal nen Kochmann rufen muss. So. Toiletten. Und was gibt's oben noch? Die Wohnkammer. Mit äh. Eisentisch. Und schwarzem Bezug. Wahrscheinlich eine Ledercouch. Im Afg. Okay. Ja. Ein Kamin. Was ist hier oben noch? Irgendwelche Schlafbitten oder was? Ne. Genau. Da sollten ja so ein paar Lagerkisten noch reinkommen oder so. Hatte man ja früher so. Am Hafen. Wobei da müssen auch immer noch ein paar Gebäude bei. Ist nur die Frage was für Gebäude. Direkt daneben kann man auch keinen setzen. Weil da Fenster drin ist. Da kann eigentlich so eine Gasse dann da durchziehen. Und dann noch irgendein Haus daneben. Und schon wieder eine Feder. Hatte ich hier nicht auch mal irgendetwas angepflanzt? Ah ne, das ist ja weggefallen, weil das ein anderer Mott gewesen ist. Das ist ja weggefallen. Die muss ja... Hmm. 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 so macht. Ich will eh nichts gemacht haben, weil die ja auch nur läuft, wenn man sich da rauffällt. Kann ich eigentlich noch fliegen? Ich kann auch fliegen. Dann tut's der Ring noch. Wunderbar. Na wo ist das Ding denn? Hier irgendwo? Da. Na, könnte auch ein bisschen schneller laufen. Das ist schon ein sehr großes Feld. 256 x 256. Da braucht er den schon ein wenig. Bis er dann einmal eine Lage abgeraspelt hat. Na, das war dann hier Cyrus Versuch mit Atomen rumzuspielen. Ist glaube ich nicht ganz geglückt. Aber wenigstens ist es ja keine Verseuchung mehr. Keine Strahlengefahr mehr. So laufen die Motoren alle noch. Da unten laufen sie noch. Das ist gut. Ja das ist auch seltsam. So lange es funktioniert macht das nichts. Die unten auch noch alles voll. Das läuft auch noch. Bis auf der eine hier. Aber nein. Hat irgendwelche Startschwierigkeiten. Ja, ist schon so eine kleine Apparatur hier. Mussten wir so bauen, weil wir diese elektrischen Motoren nicht haben. Wie diese Dinger hier. Die Redstone Motoren. Da gab es zumindest bei 1-4-7 so elektronische. Die konnte man halt mit diesen Glaskabeln dann verbinden. Und dann hatte man halt Strom. Und dann ging das ab wie noch was. Aber dieser Mod funktioniert leider nicht. Ungefähr so wie mit Taubenkraft jetzt. Klickt man was an. Schmiert alles ab. Oh. Nagerschein. Warte, 387 Stück? Was haben die denn ausgekramt? Was stimmt da hinten? Da wo er fehlt. Da habe ich die glaube ich weggehakt. So. Gehen wir wieder zurück. Ja. Kann er sich nicht entscheiden wo ich hin soll. Es ist dunkel. Ich gehe mal eben nach Bett. Hier haben wir auch noch ein bisschen Werkzeug. Überall verteilt. Gut am Morgen. Äh. Hatte ich hier nicht meine Rüstung aufgehangen? Na nun? Könnte ich eigentlich die Rüstung von unten da oben rein stellen. Ähm. Ach ne. Ich muss noch eine nach unten. Neben dem ganzen Plunder hier muss ein Inventar los werden. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Alles hier. Mal einlagern. Da habe ich sogar noch einen leckeren gebratenen Fisch. Frisch gebraten. Muss ich auch noch selber tun. Geht man zu unserem Fischladen dann muss man auch noch selber in den Ofen schmeißen. Ähm. Die Rüstung wollte ich da raus holen. So. Das ist ja doof. Das ist ja nur äh. Hä? Okay. Ich kann ja alles da oben irgendwo. Und dann klatschen. Ist ja nicht weg. So. Hier. Mütze. Hose. Wieder da. Das ist ja nur Hose und Mütze. Willkommen zurück. Danke. Und noch einen. Eisenbeinschuss. Ja. Ähm. Die sind auch noch verkehrt. Der muss da hin. Und der kann da hin. So. Hatte ich nicht hier auch noch irgendwie so Klamotten drin? Hm. Hier noch? Auch nicht. Okay. Ich glaube ich war auch da mit dran eigentlich nur so eine Gummihose zu bauen. Ich weiß ich nur nicht mehr wie weit ich da gewesen bin. Ich glaube die brauchte ich dafür. Und ich glaube jede Menge mehr Kohle. 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 Pulver. Hatte ich das nicht? Hatte ich das? Da. Hatte ich das. Alles rausholen. Dann verarbeiten wir das mal zu. Ähm. Weißen die Dinger noch. Gairbohren. Garbonfieber. Das kann es nicht drauf nehmen. Zwei Stück, zuck, und das muss man dann in den Kompressor schmeißen und dann spucht er mir diese Dinger hier aus, die Carbonplatten, muss ich nur mal eben nachschauen, wie die Hose überhaupt, äh, wie ist das Ding überhaupt nochmal, ähm, ähm, ich guck mal so, IC2, eee, die, 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 die Warte, Kristau? Die sind auch viel zu wenig. Wie macht man die denn nochmal? Hallo, Rezept davon? Genau, Diamant-Tast. Nö, bin das nicht auch. So, ich wallert jetzt einen davon und vier davon. Dann haben wir schon mal die Boots. So, dann haben wir hier das Ding. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und einen in der Mitte. Okay, den können wir eigentlich schon mal aufladen. Schmeiß doch jetzt die Schuhe weg. Ähm, wo lade ich den denn auf? Ich hab ja hier gar nichts. Hm, muss ich ja nach oben. Machen wir gleich. Äh, äh. Ah, ja genau, hier. Da liegt, glaube ich, noch eine von. Vielleicht auch mal verbraten. Wir drehen in der Mitte. Und die drüben wir um. Ja, wie ist es denn? Ich meiste ja wieder die Dinger da weg. Doof oder wat? Laden wir die Dinger mal auf. Sollte eigentlich hier drin funktionieren. Ähm, habe ich nicht gerade so eine Dingsplatte gehabt, wo ist das Ding jetzt wieder geblieben? Habe ich ja nicht rausgenommen? Ne? Da habe ich dann weggeschmissen. Hä? Ähm, muss ich das jetzt verstehen? Ich habe doch gerade so ein Teil gebaut. Was ist denn das Ding? Weggeschmissen oder wat? Ich glaube, ihr habt ja wahrscheinlich ja was noch nicht rausgenommen. So, jetzt aber. Aha. Hatte Timo vergessen, rauszunehmen. Okay, mein Fehler. Äh, ist der voll? Der ist voll. An der Union EU. Oh, okay. So. Und das Diamond haben wir hier noch. Und äh, das Energie. Ähm. Wie macht man so einen komischen Diamanten jetzt noch? Ja, Batteriekristall. Ach ja genau, neun Stück davon einfach in den Kompressor schmeißen. Da kriege ich eh nur zwei Stück von raus. Hm, noch nicht mal einen. Mist. Aber ich meine, der Helm, der war sowieso ein bisschen aufwendiger. Und da können wir zumindest noch mal in den Hosen backen. Okay. Sechs Stück. Habe ich sechs Stück noch? Ich habe noch zwölf. Das sollte also reichen. Hier drei Stück. An der Seite drei Stück. Das ginge da hin. Hose. Auf einmal aufladen. Ne, den habe ich auch. Die Hose muss ich nicht mehr. So, dann ziehe man da direkt schon mal an. Aber ich glaube, schnell rennen konnte man damit noch nicht. Dafür muss ich halt den anderen Anzug noch machen. Und den Helm, den macht man, ähm, das geht ja noch. Das ist ja noch simpel eigentlich. Aber das Ding hier. Diese, dieses Nachtsichtgerät. Also, was ich dabei gedacht habe. Blockluminator Dark. Waut doch jemand, dass ich's. Genau wie soweit hier, oder irgendeine komische Batterie. Und, äh, Eloy Glas. Na gut, das sieht ja noch ganz simpel aus. Weitere Part Eloy. Hatte ich davon hier noch irgendwas in der Kiste? Mal eben nachschauen. Ne, natürlich nicht. Äh, wie immer. Wapp, wapp, am Rauch hat man nicht. Ich glaube, hier rein getan. Auch nicht. Sei, 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 sei. Das ist ja wieder was. Ja, da kann ich ja auch noch wegtun. Ja, hier, Aranium, muss ich auch noch wegtun. Brauch ja auch keine Sau. Ja, meine Rüstung. Zumindest die zwei Teile, die ich da schon anhab, die könnte ich ja eigentlich, äh, auf oben packen. Ja, weil ich hab die Hose auch noch. Und, naja, das ist ja auch schön. Und Brustpanzer rein. Ah, ne, doch, Hose war das. Okay. Das ist ja gut. Ja, gut. Fähling. Fähling. Gute nachdem. Kennen wir das auch noch? Ja, trafiert alle hier. On Air. Ja. Ja, bin im GTA. Die neuen Sachen ist gut. Ja, soll wohl sein, ne? Hast du Hunde gesehen? Hast du Tiere gesehen? Hast du Hunde gesehen? Hunde? Hunde. So. Doch nicht. Reifen. Dunkel. Gehe ich ins Bett. Ja. Die Missionen sind cool, die du jetzt machst. Du musst echt erst Vorbereitungen treffen. Mit deinen Leuten. So Waden klauen, halt so wie in der Kampagne. Und dann nachher startst du halt halt die ganze Sache. Da hat jeder eine Rolle zu erfüllen. Auf jeden Fall sehr interessant. So, hab ich so auf die Uhr guckt. Ist schon wieder viert in der Nacht. Ich muss mich langsam auch schon wieder ein bisschen fertig machen. Weil ich dann arbeiten muss. Letzte Nachtschicht heute. Von daher beende ich den Stream auch mal. Ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß. Auch wenn es zweimal abgestürzt ist. Was ich auch noch nachgeben muss warum. Aber das werde ich wohl irgendwie hinkriegen. Ja. Dann danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.